Tweet, ah ja, Twitter ist ja scheißegal. Und mein Spiel. Und die Kamera hat es natürlich auch alles zerfetzt. Geil. Kamera hier. Einstellungen. Kamera-Steuerung. Und wieder Original. Kontrast. So, muss raus. Schärfe. Übernehmen. Schwenkung. Übernehmen. So. Bin wieder da. Und wieder mein Spiel erkennen. Bin ich denn da? Da geht es nicht. Das kann mit meinem Ding nicht. Oh. Okay. Da habe ich auch schon gesehen. Jetzt habe ich die Arschkarte gezogen. Weil ich jetzt mit meinem Fahrzeug fahre, habe ich nicht den Schutz wie beim Raumschiff. Und mein Wetterding und mein Wetterding und mein Dings ist leer für meinen Hitzeschutz. Aber ich bin jetzt eh bei dem Paraffinium angekommen. Also in dem her baue ich mich erst mal ein Loch rein. Komm, 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 komm. So, ich habe jetzt eine große Dings, äh, Ding. Ich bin jetzt eh hier safe. Und für eine Rückblick hole ich einfach mal ein Raumschiff. Paraffinium. Paraffinium. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder dieses grüne Ding. Ich glaube, das reicht erst mal. Raumschiff, Raumschiff, Dach. So, ich will dieses Scheißding nicht mal suchen, du Hannemöbel. Abgebrochen. So. Also. Ja, und ich kann jetzt meine Siedlung weiter verbessern. Kann ich die Bauarbeiten weiterführen. Das kann man gucken. Das sehe ich wieder nix. Äh, da. Da lande ich hinten. Wo? So, wie lange braucht er? Äh, eine Stunde, glaube ich, oder? Ja, eine Stunde, bis der Bau fertig ist. Ah, jetzt kann man in Sicherheit gehen. Ah, hu. Grüß dich. Oh, so geht es. Hey, hey. Ja, ich habe gerade zugewunken. Das will ich nicht mehr. Wie kann ich das wegmachen? Das will ich abbrechen. Das will ich den Kürbis nicht mehr localisieren. So, weiter ein. Ja, Protokoll, MyChain-Katalog. Abgebrochen. So, jetzt muss das weg sein eigentlich. Nein, da ist jetzt ein Fehler drin. Arschloch. Was mache ich weiter? Nach einem Strom-Hotspot suchen. Ja, das mache ich nachher. Ich mache jetzt erst mal. Hat sich das aufgelöst? Ja. So, Signalbooster. Wo ist er denn? Da. Ich mache jetzt noch ein paar Absprungkapseln. Da kann ich sieben Erweiterungen in meinem Anzug machen. Ja, ich hatte auch genug gekostet, die sieben Dinger zu kaufen. Ich nehme aber den Signalbooster diesmal mit. Ja. Ach, die ist ja gerade in der Nähe. Fünf Sekunden im Raumschiff. Naja. Boah, ich habe gerade so miese Frametrops Einbrüche. Warum auch immer. Ja. Hey, mich hat eigentlich jetzt gut. Keine Ahnung, was er jetzt wieder hat. Ich sehe gerade schon wieder. Ach so. Bei dir habe ich festgestellt, du hast glaube ich eine niedrige Auflösung. Beim Stream. Du hast 600p eingestellt. Oh ja. Doch. Ich habe nämlich letztens, wo ich dir zugeschaut habe nebenbei, wo wir SRP gemacht haben, habe ich nämlich geguckt, ich konnte bei dir auf dem Computer nur, warte, ich habe sogar ein Foto gemacht, konnte ich maximal nur einstellen, laut Twitch-Angabe in der Quelle, 648p Quelle. Das hast du von dir ausgegeben. Jo. Bei mir wären es, sind es 720p mit 60 FPS. Oh, was soll jetzt das da? Kohlenstoff-Nano, habe ich keins da. Noch nicht. Jo. Jo. So. Jo. Wo geht das jetzt nicht? Jetzt fühle ich mich verarscht. Hä? Ich habe es repariert, warum? Wieso geht das nicht? Der hat mir keine Erweiterung gegeben, der Penner. Hä? Das ist ja mies. So hat er mir nichts gegeben. Das will ich nicht. Okay. Versuche ich es mal mit einem anderen. Signal-Booster. Sonntag. So, dann gehe ich mal zur Nächsten. Wenn die jetzt auch nicht geht, habe ich ein Problem. Hä, ich habe keinen Speicherplatz gekriegt. Der hat mir nichts gegeben. Kein Inventarplatz meinte ich. Da ist die andere Kapsel, da ist die andere Kapsel. Eine Stunde weit weg. Aber die hatte ich schon mal gemacht, die hatte ich mir nochmal angezeigt. Vielleicht ein Bug oder sowas, das war mies. Das war immer nochابlich. Da war ich. Da war ich. Ich glaube, das war überhaupt nichts. Ich glaube, das war nur ein Punkt. Ich glaube, das war tatsächlich. Ich glaube, das war tatsächlich ein paar Punkte. wo ist sie denn ich sehe überhaupt nichts wo ist die scheiß kapsel da lande bereich nicht frei ich hab schon wieder drop rate ausfall ja ich weiß nicht wo sich seit streamlabs abgekackt ist wo ist die scheiß kapsel aber da hat mir eine tratte hoch von sieben als antimaterie gehäuse brauche ich ein was ich nicht erstellen kann sauerstoff und ferienstaub sauerstoff und ferienstaub muss ich raus gehen suchen wo sind die scheiß puppelige kleine steine es kann nicht wahr sein kein einziger beschissener kleiner stein ist da doch da sind hier schon ist mir gleich tot steine kleine steine reines für die brauche ich nicht aber warte mal die vogel ich habe doch in der referenie ferienstaub so hallo jetzt sauerstoff das hier ich Das ist nicht dein scheiß Ernst. Toll, jetzt kann ich nicht mal aufladen, fuck. Wo ist die Kapsel, wo ist die Kapsel hin? Ich meine, ich bin der Stoombeck. Hey! Huh, okay. Na also. Hattest du kein Unwetter? Ja, krass, ich bin sogar theoretisch zwei Stunden Fußweg oder sowas bin ich mit dem Flieger geflogen, hatte aber an der Stelle auch noch den scheiß Sturm. Habe ich jetzt genug? Ja, so. Das ist die Kapsel, da war die Kapsel. So, jetzt ab. Es war ja klar, dass mir jetzt wieder was anderes fehlt. Na war glaube ich Natrium. O2, 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 aha, scheiße. Hast du Natrium? Ja. Natrium-Nitrat, das brauche ich. Kannst du zu mir kommen und mir vielleicht zehn geben? Dann kann ich diese Erweiterung hier fertig machen. Jupp, da war die Absprungkapsel. Ja. Mit dem Impulsantrieb nicht so lange. Du musst einmal aus der Atmosphäre raus und dann kannst du mit dem Impulsantrieb zu mir. Ja. Dann dauert es noch ein paar Sekunden. Gibt es nichts zu holen. Die Kissen sind auch kaputt. Ach. 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 Was kann ich noch umarbeiten für die Stauber? Ach. Ich habe jetzt hier nichts mit... Ah, hier hinten ist... Oder warte mal. Ich glaube, ich habe was gefunden. Eine Quelle. Na, Natrium-reiche Pflanze. Mal gucken, ob ich zehn zusammenkriege. Oder bist du schon auf dem Weg? Impuls oder normal? Mit drückend der Tab-Taste. Ah, also die normalen Schubdüsen. Also Natrium habe ich. Mal gucken. Oh. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Äh. Ironie ist, es fehlt mir. Ja, ich laufe gerade wieder zurück. Ich sehe da gerade wieder irgendwo. Mir fehlt noch ein Natrium-Nitrat. Ja, ich habe Natrium-Pflanze gefunden. Das umraffineriert und es gab nur neun Natrium-Nitrat. Und zehn brauche ich. Ja. Geil, oder? Ja. Geil, oder? Ja. Das ist komisch. Irgendwo muss hier ein Fehler sein. Der zeigt mir wieder summende Beutel an. Da ist die mit den Eiweißperlen. Aber hier ist nichts. Äh. Äh. Ah ja. Was ist denn? Hä? Ich sehe dich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Toll, du siehst, du bist rot und hier sind rote Pflanzen. Also dann lass mal rüber wachsen. Ah, also einer fehlt mir. Mach zehn. Danke dir. Kleiner geht. Okay, dann danke ich dir mal. Hier gibt es übrigens noch die Wasserstoffkristalle, wenn du brauchst. So. Ah, jetzt kriege ich einen. Nee, ich würde es nicht machen. Kannst du versuchen, aber ich glaube, du kriegst nicht, weil der ist jetzt rot. Deswegen konnte ich bei dem anderen nicht, weil ich den schon gemacht habe. Mach's. 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 Hast du die Ressourcen dafür? Hä? Dann guck einmal, ob du es machen kannst. Hast du eine Erweiterung gekriegt? Gut. 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 Ich fliege jetzt zum, ich fliege jetzt zum nächsten. Und ich fliege nämlich jetzt zum nächsten. Muss noch den Ding. Signalbooster aktivieren. Eine Datending eingeben. Komm auch schneller. Absprungskapsel rein. Und gefunden. die nächste. So. Und den pack ich wieder ein. Na komm, pack ein. Hallo. So. Und Abmarsch. Ach, Schubdüsen leer und wieder voll. Was ist denn da? Ist es nicht. Und wehe, ist es wieder dieselbe. Dann kriege ich Plug. Ne, es ist nicht dieselbe. Hoffe ich zumindest. So. Wo ist sie? Da ist sie. Ich habe immer noch ein paar Probleme mit dem Ding. mit der Bitrate-Einbuße. Uh. Bremsen. Oh ja. Ich bin ja blöd. Jetzt brauche ich nochmal. Nitrat. Scheiße. Was sehen? Da. Könnt es theoretisch wieder zu mir kommen und die auch hier einkassieren. Gut. Weil ich brauche da ein Nitrat. Ja. So. Ja. Kohlenstoff muss ich noch machen. Wahrscheinlich fehlen mir wieder die ganzen Ressourcen dafür. Ja. Ja. Hast du Sauerstoff dabei? Gut. Gut. Brauche ich auch. Fehlt. Ja. Natrium-Nitrat und Kohlenstoff-Nanoro muss ich noch machen. Ja. Das kann ich machen. Eins kann ich schon mal machen. So. So. Hier rein. So. Jetzt muss ich wohl auf dich warten. Wann warte ich so lange hier drin? Ja. So. Jetzt ist Mitternacht. Du wolltest ja Feierabend eigentlich machen. Ja. Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe glaube ich noch vier. Aber dann kann ich noch an der Grafik für den Text machen. Ja. Ja. Wenn ich hier drin bin. Ah. Ich muss weiter rein stehen. Okay. So. ... Hmm. Ja. Hm. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ganz langsam. Ja, da habe ich es steppern gehört. So, dann, wo bist du denn? Äh, da. Gut. Gut, dann kannst du mir noch mal geben. Warte, ich muss noch Platz schaffen. Mordid mache ich hier rein. Einen muss ich noch mal rein. Das Ferit. Das, ah, da habe ich noch was, was ich jetzt... Ah, Natrium habe ich jetzt neun. Bisschen Platz schaffen. Rein ist Ferit. Tun wir bearbeiten. Äh, was kann ich noch wegschaffen? Warte, ich muss gerade ein bisschen umswitchen, weil ich bin wieder komplett voll. Äh, was kann ich... Paraffinium, Sauerstoff, habe ich noch sieben. Äh, Silikat haue ich mal weg. So. Ich brauche Sauerstoff und Natrium noch. Aber da kannst du mir ruhig etwas mehr geben, wenn du genug hast. Wo bist du? Ja, ja, hey. Nicht, dass du die jetzt aktivierst und ich kann es nicht mehr nutzen. Hallo? Material? Ja, hi. Sauerstoff und Natriumnitrat. So viel, wie du halt abgeben kannst, dann spare ich mir. Dann habe ich für die nächste Kapsel. Ich gucke gerade mal, wie viele habe ich noch. Ich habe noch vier Absprungkapseln zu machen. Boah, gib halt mal, was du kannst. Danke dir. Guck mal mal. Ah, cool. Jetzt habe ich es. Hä? Hast du es schon reingemacht? Ich muss jetzt nichts abgeben. Interessant. Cool. Gehen wir zum nächsten, oder? Ich habe noch vier. Ja, willst du die machen oder willst du die nicht machen? Okay, dann speichere ich gerade mal. So. Perfekt. So, dann springe ich mal hier raus. Zurück zum Desktop. Ja. Vor neun Sekunden gespeichert. Oh, so. Hört man dich? Sag mal was. Warte. Geh mal davon aus, dass man mich jetzt noch hört. Jetzt, ja. Jetzt habe ich es im Vollbild-Camp das Ding auch angemacht. So, perfekt. Ja, wunderbar. Dann machst du die Ausleitung. Ey, ich ausleitung. Du meinst den Abspann. Genau. Warte mal, den Epilog. So, jetzt geht es dann ja eigentlich. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich sage mal so, wir haben uns ja jetzt zum Schluss noch ein bisschen so zusammengerauft und noch zwei, drei Sachen gemeinsam gemacht. Da ist nicht jeder für sich rumgetingelt. Von dem hat eigentlich doch noch Spaß gemacht. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir an der Stelle dann weiter. Ja. Mit den Cups und die vier, die ich noch habe. Ja, ich vermute wirklich mal, dass es reicht, wenn einer die Dinger da reinlegt und dann kann der andere das vielleicht aus der Party zumindest auch direkt dann nehmen oder so. Das ist cool. Das ist also eine Vermutung. Das ist cool, weil wenn du mal hast, kann ich einfach da auch reinspringen. Deswegen, weil ich hatte nämlich vorher schon die ganzen Sachen da einfach nur reingelegt. Dann dürfte das vielleicht, dann dürfte es vielleicht hinhauen, dass alle, die in der Biel-Partie vielleicht mit drin sind, das dann ohne eigenen Aufwand nutzen können. Boah. Gut, dann sagen wir mal gute Nacht. Danke für's Zuschauen. Und ich werde wahrscheinlich Montagnacht mit Minecraft kommen. Ja, bei mir wird es jetzt vielleicht wieder ein bisschen dauern. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine kommende Woche spontan, bevor du da bist. Das weiß ich auch noch nicht. Wenn wir mal gucken, je nach Lust und Laune. Ansonsten, ich habe gerade noch anderes zu tun, ein paar Fähmchen gucken und so. Eben, ich habe jetzt eh noch vier Tage Arbeit und dann sind eh zwei Wochen Urlaub. Das stimmt, dann haben wir ja schon Ostern. Ach, sind ja nur vier Tage. Gott sei Dank sind das nur vier. So, also dann mal eine gute Nacht zusammen. Ja, gute Nacht auch von mir. Und wie gesagt, mit Steffen sieht man ja morgen Abend wieder oder heute Abend, wie er gesagt. Ja, und mich sieht man vielleicht jetzt unter der Woche mal sporadisch. Mal gucken, wie ich lustig bin. So, also. Ciao, ciao, gute Nacht zusammen. Und einen schönen Start im Rund. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020